Ich will Diamant jetzt finden, ich will in dieser Folge noch Diamant finden. Ohne Spaß jetzt, ich will jetzt, nö, nö, nö. Wir haben Eisen on Infinity und dann finden wir aber kein Diamant, das geht auch nicht. Könnten uns auch schon Lapis Lazuli-Tools machen, naja. Ja toll, das bringt uns total viel. Wir müssen weiter, ey hier ist noch, ne, so dunkel und so. Ja, ich hab aber keine Wackeln. Ja, ich hab aber. Hier geht's auch weiter. Ein paar jedenfalls. Äh. Äh, wir sind zurück. Hallo. Also du bist voll laut auf einmal, warum auch immer. Warum das denn? Keine Ahnung. Hier ist auch noch ein bisschen dunkel so. What the fuck. Wir sind nie wieder zurück, ich seh's jetzt schon. So, ach, hier, da hab ich schon zurückgefunden. Oh ja, okay, hier geht's. What? Aber wo bist du jetzt da? Ja, ich will nach unten. Ja, wir können ja hier in der Mine weitermachen, da war eben dunkel, wo ich noch war. Welcher Mine? Wo, wo bist du, wo bist du jetzt schon wieder? Hier, direkt neben dir, du Mongo. Ich seh dich, da. Wo bist du? Ja, hallo. Ach da. Ja, los, geh vor, junger Padawan. Hier. Ja, hier war die Truhe. Ach so. So. Ja. Und dann war hier Licht, hier war auch Licht, aber... Ich brauch wieder Fleisch, ich brauch Fleisch, Fleisch, Fleisch. Aber hier war auch Licht. Wir bauen nicht hier in die Kiste mal mit. Ich hör ne Spinne. Das ist doch gut. Vor allem, weil ich mich nicht mehr regenerieren kann. Hier ist noch dunkel, hier geht's weiter, hier geht's weiter. Warte, warte, ich baue doch grad Holz ab, Kenas. Ah, hier geht's doch nicht weiter, ey. Oh, du läufst wieder irgendwo hin, ey. Nein, 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 da hinten, da hinten, da hinten, hier. Komm her, junger Padawan. Ah, ich hör schon wieder das Geräusch und ich weiß jetzt, was es ist. Ich weiß jetzt, was es ist. Was denn? Es sind Endermans, die dieses Geräusch machen. Echt? Ja, es ist so ein... Das wär geil. Also deswegen, ich hab mich letztes Mal gewundert, warum es bei uns am Haus so komische Geräusche macht. Und das war ein Enderman. Hier, mach mal, fackeln ist ordentlich, ne, verdammt. Verdammt, verdammt, man. I'm Elvis Presley. Yes, now, now I got some coal. No, not really. Oh my goodness. It's MLG. Ähm, jetzt hab ich immerhin vier Fackeln und ich brauch jetzt Kohle. Dass ich irgendwann mal Kohle brauch, ey. Ich hab Kohle, ich hab Kohle, ich hab Kohle. Gib her, los. Los, Kolum. Noch mehr Kohle. Los, noch mehr. Los, gib Kohle her. Wo sind die Stäbchen hier? Hier sind Spinnen. Hä? Warum hast du eben Spinne abgebaut? So Seide und Spinnenweben? Nein. Weil hier sind Netze. Also Abgebaute. Lol. Hier geht's weiter. Hier unten. Kripa vielleicht? Donut. So. Einfach runterspringen. Boom. Kann da nichts passieren. Ja, hier geht's, hier sieht sick aus. Das Eisen, nehm ich jetzt mal nicht mit. Keine Lust. Die ganze Zeit. Da, da, da. Ne, Lapislazu, verdammt. Hä, wo bist du? Runtergegangen. Ich bin runtergegangen. Ja, komm wieder zurück. Moment, Moment, Moment. Kurz gucken, was hier ist. Ne, hier ist definitiv. Alter, wo geht's denn hier lang, ey? Wo bist du lang? Ja, bist du runter zu dem Dings gegangen, zu der Lava? Warte, warte, warte. Ich komme, halt. Ich sehe deine Namenschrift zu. Komm mal hier, schätze. Da bin ich lang. Hier, da. Oh, das ist echt toll, Alter. Nicht so. Warte, aber da hinten ist, da hinten ist Gold, wo ich war. Ja, warte, dann gehen wir da wieder hin. Aber ich will Diamant. Gold interessiert mich nicht. Diamant ist besser als Gold. Hier, da runter, wo die Lava ist. Da? Ja. Da ist auch wieder Obsidian. Das, äh, da ist, äh, Lapiz. Ja, weil ich will Diamant, ey. Da oben? Ne, das ist mir zu unsicher hier. What? Alter, ey, komm schon, muss doch mal. Das kann doch nicht sein, dass es hier keine Diamanten gibt. Sonst, ich hätte schon längst welche... Wow, schon längst welche gefunden. Also im Singleplayer finde ich ständig welche. Und hier? Ja, ja, ich finde eigentlich normalerweise auch ziemlich viele, aber hier ist gerade irgendwie ein Ende-Gelände mit Diamanten. Hier ist auch ein bisschen was dunkel noch. Wo bist du jetzt hier? Ach, ich laufe einfach irgendwo mal hier her. Wo bist du? Ich sterbe zwar gleich, aber egal. Ich bin ja ein bisschen weiter oben gegangen. Ich bin über dir. Guck auf den Namen, Schriftzug. Ich bin hier. Genau über dir. Du siehst hier. Ja, hier ist anscheinend überhaupt nichts mehr. Da ist noch was. Nicht. Da unten ging es aber noch weiter, wo wir jetzt gerade bei der Lava waren. Komm mit. Meine Hände sind kalt, ey, verdammt. Komm runter, Schlampe. Ja, ich muss meine Hände anpusten. Steck dir deine Hände sonst wo hin, damit sie warm werden. Okay, mache ich gerade. Hier geht es weiter. Oh Mann, ich will Diamant finden. Papa, wann sind wir endlich da? Oh oh, das zieht wieder nach... Ach du, what the? Was denn, ich sehe gerade gar nichts. Ach so, hier so ein riesiges... Holy man. Waren wir hier nicht eben auch schon? Ja, hier waren wir schon. Nein, nein, nein. Da ist auch so hell. Ach, Lava ist da wieder. Da ist da hinten... Ist das nicht der Diamant da hinten? Nee, oder? Nee. Das hat gerade so komisch geblinkt. Ich weiß nicht. Wir finden nie... Nee wieder zurück. Nee wieder. Nee. Hier geht es auch noch weiter runter. Einfach irgendwo hingehen machen. Das ist doch scheißegal. Wir wollen doch nur Diamant finden. Da ist Eisen. Ah, hier ist grünes Wasser. Da und... Oh nein, Gold ist hier aber... Hier, hier finden wir hundertprozentig was. Komm runter, Schatz. Bist du da? Hier ist Gold, äh... Redstone und so weiter. Hä, wo kommt jetzt das Wasser her? Ich habe es noch weggemacht. Ah, okay. Wow, jetzt bin ich unter Wasser und krabbe Gold ab, ey. Ey, pass auf, da kommt gleich viel Lava raus von der einen Seite, wenn du Pech hast, ne? Ja, dann habe ich wirklich Pech. Ja. Es ist ja obsidian, ja auch, ne? Geil. So, ein bisschen Kohle mitnehmen. Wow. Hier. Boah. What the heck? Geil. Geil. Gold. Aber immer noch kein Diamant. Er sieht geil aus hier. Ich gucke mal hier weiter, da oben. Oh! Wie episch das hier aussieht, ey. Holy gracious. Schau mal, Neger. Holy. Äh, farbiger meine ich. Du verbrennst. Äh, nein, ich, ich, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Essen. Essen! Du darfst, du darfst nicht immer sprinten, dann geht das Essen zu schnell weg. Ich sprinte gar nicht. Ja, warum habe ich dann keinen Hunger? Weiß ich nicht, weil ich einfach eben irgendwie zu oft vergiftet wurde. So. Jetzt müssen wir gleich wieder erstmal langsam zurückgehen. Warte. Das Wasser gefällt mir hier auch nicht so ganz. Dieses ganze Iron hier und Cobblestone und so. Ja. Und so Lava wäre irgendwie, äh, Lila. Diamanten wären immer noch ziemlich gut. Wo bist du jetzt schon wieder? Ich grabe mich so irgendwo rum. Nein, ich bin hier oben. Wo? Über dir. Guck mal, nicht so dumm. Ah, da. Da ist überall Eisen und da ist überall Gold. Redstone. Wir sind auch immer noch bei zwölf. Das muss hier doch irgendwo sein. Verarsch mich mal nicht. Bau mal so einen Aufweg da los, ja. Alter, du brennst da. Oh, unter dir war... Skelett, Skelett. Ja, das frustriert mich nicht. Einfach weitergehen. Hier geht's auch weiter. Alter, wie viel Lava hier ist. Holy Crap. Kaputt machen. Alter, das ist so ein halber Canyon in der Höhle. Das ist ja mal sowas von Fett. Ja, da kann man nicht weitergehen. Da müssen wir erst gut Eisen nach... Ja, grünes Wasser hier ist noch viel. Also, der neue Map Generator ist einfach nur Bombe. Ja, aber finde ich jetzt nicht so Bombe, wenn einfach nirgendwo Diamant ist. Hier geht's auch noch weiter. Da geht's auch eventuell. Oh, fuck. Oh. Holy shit. Hä, hier sind... Hier sind... Hier sind... Hier, guck mal. Egal. Hä? Hier, da hinten sind Steine, die... Cobblestone sind da. Obwohl ich da noch nie war. Ja, da ist ein Dungeon. Echt? Ja, da ist er doch. Skelett-Dungeon. Lol. Hallo, Genners. Warte, rein da. Oh, ich hab ja... Boah, da sind drei Stück drin. WTF-Warte, die gehen auf gegenseitig auf sich los. Aber egal, rein da. Einfach rein hier. Was sind das hier alles? Ey, du klaust mir mal alles. Böser Bube, du. Ja. Aber er ist sehr spannend. Da ist auch noch schwarz. Sehr spannend gestaltet den Dungeon. Einfach rein. Epische Kämpfen. Bam, 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 bam. Tot. Ich will's aber echt den Mann finden, Mann. Das ist jetzt schon übelst spät. Hier ist dunkel. Dunkel mag ich. Da ist wieder Eisen. Ich will kein Eisen mehr. Ich hab viel zu viel Eisen. Geht mal weg mit Eisen, ey. Ach, da hab ich grad die Lava übelst gedisst. Die disst dich, weil sie nicht weggeht. Ja, ich glaub auch. Ah, ich hab nen Fackel geklaut. Hö, 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 hö. Ah! Und... Und bei Physics. So. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Amazing. Da oben bist du so schwarz. Ja. Hier. Du bist schwarz, ey. Deine Mutter. Epischen Disse hier. Gold, Eisen, komm schon, bitte. Noch mehr Gold. Wie viel Gold und... ...so ein Crap es hier gibt, ey. Hä? Ach, Zombie. Nö. Weg, du Mistvieh. Ich hör noch an. Da oben. Vorsicht. Ge weg, ge weg, fe weg, ge weg. Er läuft auf dich zu. Da unten sieht's für mich cool aus. Cool, cool. Ich hör einen Creeper. Ich hör einen Creeper. Oh ja, der ist genau vor mir. Und bumm. Aua. Irgendwie laufe ich hier im Kreis, kann das sein? Ich hab Diamanten gefunden. Wo, 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 wo? Wo sind sie? Da. Drei Stück. Oh, ich überseh sie auch noch. Nice. Das ist nice. Das heißt, wir sind hier richtig. Hier müssen noch irgendwo welche... Wenn da drei sind, dann sind sie auch noch irgendwo welche. Wette ich mit dir. Wir müssen jetzt erstmal wieder zurückfinden. Ja, warte, warte. Hier. Wir nehmen mal ein bisschen Eisen mit. Alter, ich darf jetzt nirgendwo runterfallen. Ja, du gehst erstmal nirgendwo hin. Ich hab jetzt Priorität. Ich bin jetzt hier... Ach, du hast nirgendwo... Du hast immer noch keine Priorität. Du bist in Gollum, ey. Du stirbst gleich. Dreckige Bitch, du. Ach so. Du musst mich jetzt nach Hause begarden hier. Ja, ja, ist ja gut. Aber wir müssen erstmal gucken, ob hier noch mehr sind. Und da ist noch Gold. Warte, Gold ist immer gut. Boom. Gold und hier ist nochmal Eisen. Da ist noch mehr Gold. Bauen wir das andere Gold ab. Ach, egal. Du machst ja wieder sowieso nichts. Wieso, ich baue du das Gold ab? Was willst du eigentlich von mir? Ja, aber das falsche Gold. Ich meine das hier. Deine Mutter. Boah, wie viel Gold hier jetzt ist, ey. Das kann man aus Gold eigentlich machen. Nur Schienen, ne? Und so. Sonst nichts? Nö, sonst nichts. Ach, jetzt hast du hier. Ach, noch mehr Obsidian. Also, okay, Obsidian haben wir genug. Eigentlich mal, äh, äh, ein Fortschritt hier in unserem Let's Play. Ich gucke gerade, das ist überall so nebelig hier. Warte mal, gehen wir mal kurz nach hinten lang. Da oben nicht, aber da hinten, da war doch irgendwas hier so. Sind wir da hergekommen? Ja. Oder? Ja doch, jetzt sind wir hergekommen. Also hier geht's schon mal zurück. Sicher? Ja. Vorsicht, hier geht's, äh, ne, wir sind nicht von hier gekommen. Doch, hier, doch, wir sind zurückgegangen. Doch, sind wir. Nein. Ich geh jetzt hier lang, tschüss. Tschüss, wir sind von hier gekommen. Tschüss, hier sind doch Fackeln, Junge. Natürlich sind wir hergekommen. Tja, ich hab den richtigen Weg gefunden. Und, und, und. Ja gut, stimmt, hier geht's nicht lang. Aber sind wir jetzt von da? Jedenfalls sind wir, ja doch, wir sind von hier, oder? Ey, hier ist auch noch schwarze Höhle und so. Ich versuch mir mal den Weg nach Hause zu, äh. Ey, ich bin ziemlich weit oben. Jetzt hier ist nochmal so eine Höhle. Gut, von hier sind wir auf jeden Fall nicht gekommen. Ich bin gerade in unerforschten Territorien. Oh, komm schon, wieder Ende Gelände hier. Ich mag dieses Ende hier nicht. Eisen, es reicht langsam mit Eisen, ey, ganz ehrlich. Nö, jetzt, jetzt brauche ich kein Eisen mehr, aber habe ich keine Lust mehr zu machen. Gut, jetzt haben wir uns gegenseitig verloren. Das ist jetzt schön. Nee, ich, ich, du warst auch gerade in dieser großen Schlucht hier. Und ich bin da auch. Ja, und wo? Na, warte, ich komme jetzt wieder runter. Da bist du doch. Da oben ist nichts mehr. Ja, aber wie kommen wir jetzt wieder zurück? Kein Ding. Von da waren wir auf jeden Fall nicht, weil ich bin da vorne hingegen, irgendwann war es dunkel. Das ist nochmal eine andere Schlucht jetzt. Also wir müssen hier wieder rein. Warte. Ja, hier in diesen Lava-graces-saiger-Ding. Ich lege einfach mal der Nase lang hier da. Das ist jetzt hier das Lavasee, der war auch schon irgendwann da. Einfach hier lang. Wie viel Eisen jetzt hier ist, ey? Holy crap. So. Bist du hier irgendwo da? Na, warte, hier hoch, hier hoch, oder? Ja, ja. Ja, wir gehen da hoch. Immer der Nase lang. Los, lauf, Bitch. Ich gehe ja schon, ich gehe ja schon. Ja, hier sieht es auch ganz gut aus. Ja, jetzt ist es wieder. Ja, jetzt ist es wieder. So, und jetzt? Doch, doch, doch. Boah, Alter, guck mal hier da oben, episch. So, von wo waren wir jetzt hier? Hier, so, Mapish, Mapish, gut nach oben. Holy, was zur Hölle? Ja, der kam von oben. So wie immer. Der kam von oben. Wir besitzen immer alle Creeper, die wir besitzen haben. Alle von oben. Normalerweise hat es immer mich erwischt. So, wir sind aber nicht von hier gekommen. Ich gucke gerade. Warte, ich grabe mich immer, ich baue mich immer nach oben. Tja, hier sieht es irgendwie gut aus. Ja, hier, hier ist ja auch eine Kiste. Ja, es ist eine neue Kiste, glaube ich. Hier ist irgendwie noch was drin. Kohle und Eisen und so. Komm wieder runter. Ah, ich hänge in einem Spinnnetz drin. Nein, ich komme nicht runter. Hier ist es gut. Hier ist es gut, hier ist es gut. Wir wollen aber wieder nach Hause finden. Ja, aber hier ist es doch, hier war es doch eben auch schon hell und so. Ja, aber hier sind normale Fackeln von generell hingesetzt. Und ich habe drei Diamanten im Schlepptau. Und ich habe kein... Ja, deswegen geht er auch nicht vor. Wenn der gleich ein Creeper ist, dann bist du verkackt, Junge. Halt. Hier. Spinne, Spinne. Ich höre Spinne. Hilfe. Komm mal weiter, einfach weiter. Komm mit, Schatz, komm mit. Wir gehen einfach jetzt hier lang. Hier ist dunkel. Okay, hier ist Ende, ne? Ja, hier ist Ende, schade. Aber hier ist es... Wir gehen jetzt irgendwo weiter, das sehe ich schon. Warte mal, da ist ein Weg und hier auch. Wir gehen hier lang. Da oben. Da oben, da oben, da oben. Wir gehen da oben lang. Da ist ein Spawner, glaube ich. Ich sehe es schon. Oder? Keine Ahnung. Jedenfalls sind ja viele Spinnnetze. Aber das sind nicht genug für einen Spawner. Hier ist Wasser. Hier geht es auch nochmal. Das ist auch ein neuer Weg, ne? Alter. Wir sind verloren. Oh, macht doch nichts. Ach, hier geht es auch nochmal weiter. Noch eine neue Höhle. Yay. Ah, das ist... Ach, wir sind jetzt ein bisschen weiter hochgekommen. Ist doch schon mal etwas, ne? Und da vorne wird ein Spawner sein. Hier. Wie, wo? Wo denn? Da? Da, ich sehe ihn sogar hier. Ich sehe ihn sogar. Ja, da sind jetzt viele Spinner. Dann gehen wir jetzt nicht hin. Böses Spawner. So. Ich habe keine Fackeln mehr. Na, das ist einfach. Ich auch nicht. Ja, das läuft ja richtig gut. Wir kommen nicht mehr zurück. Ja doch, in der Schlucht sind wir doch so zurückgekommen. So. So. Alter. Aua. Ich will da wieder hoch. Ich nicht. Ich will runter. Ich will da weg jetzt hier. Ja, weg geht's hier. Ich habe keine Fackeln, Mann. Das ist okay. Ja, dann bau doch Holz ab. Holy. Hier ist es auch hell. Da. Genau, hier waren wir eben. Das ist die Schlucht. Wir sind jetzt weiter oben. Ich droppe da jetzt runter. Okay. Wo bist du? Ich gehe jetzt auch runter. Aua. Aua. Ich brauche Essen. Aua. Aua. Du kriegst kein Essen mehr. Brauche ich nicht. Du bist super Saiyajin. Nein, wir sind von hier gekommen. Ist mir egal. Ich gehe jetzt hier lang. Junge. Ich habe keine Steine mehr, um mich hochzubauen. Wir sind doch da eben hochgebaut. Du gehst jetzt wieder in den Kreis. Ja, nee. Hier ist es noch eine andere Höhle und so. Nee, hier ist eine Sackgasse. Was zur Hölle? Warum ist die eine Sackgasse? Komm wieder runter. Ey, ich komme hier nicht mehr raus. Scheiße. Ich will nicht mehr. Forever alone. Beautiful girls. I could be chasin. The time would be wasted. Ja, genau. Jetzt habe ich auf Fackeln. Oh, baby. Baby, baby. Hier ist irgendwas Neues. Ich habe hier so irgendwas gefunden. Ich glaube, hier geht es zurück. Hier, komm. Hier, ich habe, ja. Ja, warte, 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 warte. Bitte, bitte, warte kurz. Ich bin...